Ups, das war vielleicht ein Fehler. Ein Fehler? Dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Sie könnten ein Serienmörder sein. Naja, so ein bisschen sehen Sie auch wie eine aus. Hab ich Sie jetzt mit dem Vergleich sehr verletzt? Nein. Vielleicht ist es auch nur dieser Lieferwagen. Da denkt man gleich an Kidnapping oder... dass da drin Leichen verportiert werden. Bro Whipper! Ich bin ein totalitärer Maniac. Der sich Mozart, Lieder und Opern, Hymnen in Playlists setzt. Bevor er sich mit einer Trosch-Jeklinge faceliftet. Und ein komplettes Leben in die Knochenbrüche gehen lässt. Und während die Wagner-Vinyl die Walküre spielt. Gestalt ich dir ein paar Adlerflügel im skaldischen Stil. Ich bin da so versiert. Ich könnt nicht mit ner Nähenadel in's Hauptsinn. Doch nutz lieber meinen Premium-Akkuschrauber. Nenn mir das doch einfach mal Akupress. Nur wenn ich die Meridiane aufbohr. The House and Ripper will. Auf die Schädelplattenbauten. Ich spreche nicht in Sprachen, sondern Säbelrassel lauten. Bis der letzte Sägespann aus deiner Feenhafe ausfällt. Mach mir nen schönen Tag in meiner Strebergartenlaube. Indem ich mir ein paar Steaks auf meinen Weber-Gasgrill aufleg. Für ein krankes Menschen-BBQ. Vor einem auf den Holzblanken tragenen Charlie Manson-Wanttattoo. Ich bin da Profi, mach spielend mit dem Edelstahl des Küchensets. Aus deiner legasthenischen Körpersprache, Lückentext. Und aus ein paar Ketchup-Flecken farbgebenden Nervenfetzeln entstehen über dir die Pitoreskästen Deckenfresken. Ich mach keine Popmusik. Das hier ist Volkmusik. Mutter Suspirio rumtanzt die Choreografie. Bis deine Magenwände beben. Bis sich deine Wirbelsäule, Bein- und Armgelenke drehen. Ohne Haut und ohne Seele unter Tränen. Nur mit Leidenschaft, sozialen Freude. Sei auch du heute mein Ehrengast beim Schanz der Teufel. Und dann gönn dir eine letzte Nacht voll Paranoia. Bis du dich am Morgen des nächsten Tages am geilen Kreuzelst. Werd man nicht sentimental. Das hier ist SZMK. Ich umgarn meine Opfer gerne mit Lannister-Schlag. Hier serviert man dir den Sackbecher mit MTMA. Und was als Gangbang begann wird zu ner Spenden-Gala. Du mit deiner Niere und ohne Gallenblase verlässt. Als Rache-Ingredienz meines marginalen Rezepts. Ich weiß ja nicht mal, ob dir das deine Krankenkasse ersetzt. Aber falls ja, haben wir bei Tinder in anderthalb Jahren ein Match. Und wenn sich das Alphantanil dort im Baltrian-T zersetzt. Gehst du mir unter der Pastellfarbenenabdeckplane ins Netz. Ich hab paternalistischen Kannibalen-Impact. Beat'em ab aufs Nummernschild meines Abschleppwagens getaggt. Und hör' ich hier nur den Anflug eines gutturalen Untertones. Mit dem Vorwurf, ich sei unmoralisch unerzogen. Dann ist du in Suppenform am Holzboden des Wundetrogens. Wo sich meine Untertanen vollstoffen mit Tupperdosen. Ich beging schon Untaten, die unnachrahmlich runterzogen. Und Humanistenhirne mit sukturalen Supernovas sprengten. Da war deine Hip-Hop-Unterart noch ungeboren. Meine Vernisage braucht keine untagbaren Kuratorien. Ich mach keine Popmusik. Das hier ist Volkmusik. Mutter Suspirio rumtanzt die Choreografie. Bis deine Magenwände beben. Bis sich deine Wirbelsäule, Bein und Armgelenke drehen. Ohne Haut und ohne Seele unter Tränen. Nur mit Leidenschaft zur Schalenfreude. Sei auch du heute mein Ehrengast beim Schatz der Teufel. Und dann gönn dir eine letzte Nacht voll Paranoia. Bis du dich am Morgen des nächsten Tages am Geigen kreuzen. Ich mach keine Popmusik. Das hier ist Volkmusik. Mutter Suspirio rumtanzt die Choreografie. Bis deine Magenwände beben. Bis sich deine Wirbelsäule, Bein und Armgelenke drehen. Ohne Haut und ohne Seele unter Tränen. Nur mit Leidenschaft zur Schadenfreude. Sei auch du heute mein Ehrengast beim Schatz der Teufel. Und dann gönn dir eine letzte Nacht voll Paranoia. Bis du dich am Morgen des nächsten Tages am Geigen kreuzen. Aber wären sie wirklich ein Serienförder. Wär's ja für sie das einfachste. Meine Leiche da hinten zu verschaben. Hinter den Bäumen. Dann aber mindestens zwei Meter tief. Damit die Füchse nicht rankommen. Was mach ich dann? Ja, was mach ich dann, wenn es wirklich so weit kommt? Ich ignoriere psychosomatische Magenschmerzen. Mein Körper mir was sagen soll, er meine Sprache sprechen. Wer bist Diabolos? Du willst mich anrufen. Bei dem Versuch kommt es zu Kabelbränden. In Verbis Diabolos. Lange Zeit will ein Wörterbuch. Doch beim Druck der Klappentexte schmilzt die Plattenpresse. Diabolos. Und ich versteh mich selbst nicht mehr. Ein KM Semantikfluss. In Verbis Diabolos.